ja leute hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge terminus wir sind hier im blauen team die wir gerade irgendwie nicht gut sind deswegen werden wir jetzt auch gleich von zwei leuten angegriffen oder auch irgendwie ja von einem und das verlieren wir das game ja so wie es aussieht ich bin tot nein nein wie kommt er ja gut jetzt sind wir im gefängnis ein bisschen langweilig im gefängnis aber dann demonstriere ich auch gleich mal das gefängnis ist nutzlos ja gut da oben waren zwei wie man da hinkommt ja wir gehen dann gleich mal in die runde terminus wahlen hier noch 90 sekunden nicht fortfahrt sondern der hause schneiden der hauses boden nein nein gottfahrt hat wieder gewonnen wenn ich könig werde rast ich aus so wir töten jetzt erstmal diesen jetzi und ja wir haben ihn nicht gekillt weil unser teampartner gekillt so kameraden sind nicht seine feinde da ist der typ doof er hat gar nicht bemerkt dass wir hier sind nehmen wir nicht jetzt gefangen gefangen genommen werden hier ist auch noch mal eine neue runde nicht die wo schon angefangen wurde warum wurde jetzi freigelassen so er hat bloß noch ein kameraden so als turtle wurde wieder freigelassen und wir freuen uns schon auf der rechte hat keine soldaten mehr und alle gehen auf ihn also wir haben jetzt diese runde glaube ich eher gewonnen als verloren weil der könig weg rennt dass ihn nichts bringt und komm sterbe ja er war glaube ich noch nicht draußen ja er hat mich getötet ich helfe euch, ich helfe euch, ich helfe euch, ich helfe euch, komm ich will wieder aus dem gefängnis, du lasst mich gleich aus dem, nein jetzt, nein, nein, ich will wieder, ich will, so, nein, ja, der wird nie freigelassen Und dann er ist beide gelassen Atem manufacturing Nein nein Jessy wurde gefangen genommen Nein, warum nicht? Ich, ich war länger gefangen Schade, dass sie sich so nicht teilen weil, sonst wäre ich raus Du kannst die nicht angreisen, ich verstehe doch Du kannst die nicht angreifen, ich verstehe doch Killt doch einfach diesen komischen Leon. Ich finde diese Typen komisch. Killt ihn. Einfach. Killt diesen Leon. Lass mich dafür frei. Sonst kommt eher eine ins Gefängnis. Lass ich wieder raus. Ja, kann ja mein Team halten. Witzig. Komm, killt ihn. Im Gefängnis ist es das Spannendste, was ich je erlebt habe. Komm, versuch mich abzuschließen. Und es glaubt er, dass er jetzt erst da rauskommt. Obwohl es eigentlich nicht mal nach rein geht. Was ist jetzt vielleicht draußen? Sagt der Richtige. Der König sagt das. Es ist ein Beklop. Lass die. Und hier. Warum kann ich hier nicht landen? Das ist schön. Hier geht's aber. Ich komm nie raus. Ach ja. Warum wurde der auch früher freigelassen? Als ich. Das ist voll unfair. Ja. Ach komm beeiler. Der wurde nämlich vor mir freigelassen, glaube ich. Das ist natürlich voll spannend. Und? Ja endlich! Noch 10 Jahren Spielpause. Jetzt hab ich mich gefragt, jetzt muss es landen. Warum nicht? Komm, jetzt haben wir wieder gewonnen, glaube ich. Ja. Und ja. Gut. Wenn ich nochmal sterbe. Dann, wo wir ihn fast gekillt haben. Und jetzt lagts. Boah. Wenn ich im Gefängnis bin, lagts irgendwie. Nö, jetzt ist er. Nein. Ballermann wurde gefangen genommen. Nein. Zeitrupe. Nein. Es leckt. Ach ja. Es gefällt mir. Alle aufstehen. Yay. Neun FPS. Hier ist es. Jetzt zeigt sich mal drauf. Sein Skill, wenn's bei mir läuft. So der Nase groß. Wippie. So warte, ich ärgere ihn. Und die haben den König immer noch nicht geklärt. Gehst du öfter? Ah, ich komm raus. Ah, das ist auch cool. Der Krieg findet kein Ende. Der König muss fallen. Die Gefängnisse werden nun annulliert. Und die Ritter kämpfen bis zum Tod. Das ist auch die coole Maßnahme, die wo passiert, wenn einfach alle drin sind. 10 Minuten noch. Nein, da gibt's kein Ende. Aber wie haben wir da für einen Bogen? Edmuk, Edmuk. Der Obere. Der ist nicht schutzlos. Ich bin auch noch da. Dieser komische Leon ist noch da. Ich habe auch einen Bogen. nicht bloß so. Aber ich bin schlechter als größter. Das ist der. Oh. Ja, da werden wir aber wirklich gewinnen. Wir schaffen das. Sowas habe ich auch noch nie erlebt. Außer jetzt in der Aufnahme. Und wir haben gewonnen und sind wieder im Gefängnis drin. Ja, GG. Hey. Ja, Leute. Dann war's das für diese Folge von Minecraft Terminus. Und ja, hier im Blog. Ciao, Leute.